Was macht ihr da eigentlich? Maxi riecht Corny am Hintern. Da sind wir wieder in unserem Haus, richtig schön aufgeräumt. In State of Decay 2. Corny und Maxi wieder mit dabei und wir brauchen halt wieder Essen. Es hilft alles nix. Ich habe jetzt meinen Charakter gewechselt. Der Bursche jetzt hat eine AK. Muss der Steffi hier gerade noch sagen, die soll aufhören, immer rumzuhängen. Die soll gefälligsten nach Hause gehen. Jaja, ich glaube es wäre besser, wenn wir einfach Nachbarn bleiben. Ja, schade, ne? Oh, ich bin enttäusch. Jaja. Aha, jetzt schwitzt sie hier unabab. Ich glaube das Auto ist durch. Maxi, was gibt es dir noch? Aufgabe. Aufgabe? Sie gibt mir eine Aufgabe? Achso, die stimmt die Rede die ganze Zeit. Tschüss. Das ist voll typisch, ja? Einfach abhauen. So, mach Tor wieder zu. Kommen Zombies rein. Äh, äh, äh. So. Also fahr mal hin in den Schrottauto. Ich habe echt Angst vor dem Auto, ne? Kann das explodieren? Ja, es kann brennen. Äh, 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 okay. Hier ist Zombie-Apokalypse. No risk, no fun. Ähm, wohin? Ich habe zwei Pfeile auf der, auf der Map. Das Orangene. Das Orangene ist da, wo Essen ist. Das Geld ist da, wo eine Seuche ist. Kannst dir aussuchen. Dann machen wir erst die Seuche. Nee, erst das Essen. Ohne Mampf, kein Karm. Mampf, Mampf. Boah, da ist, äh, ja, hier ist in der Nähe gleich so eine Horde auch. Oh, 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 jetzt kann das Auto ab. Oh, schöne Auto. Nein, das passt. Das passt. Oh, ich glaube, da kommt so ein Dicker. Oh, da gab es, ja, da ist ein solches Ding so. Ja, ja, ja. Ah. Ich, 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 warte, 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 warte. Das ist richtig los. Warte, warte. Ich kriege ihn. Oh, du warte. So, kommt her. Komm zu mir. Vielleicht haben wir kein Licht mehr. Bleiben wir halt nicht stehen. Die Stille. Warte, ihr rückwärts. Ja, einfach rückwärts. Ja, sauber, gerade mit der Tür. Super. Und hier sind wir ja auch gleich. Also das ist eigentlich die perfekte Anhalte. Ja, das habe ich auch alles so geplant. Ach, verdammt. So, essen. Essen. So, erstmal mit dem Lamm an. Der funkt hier wieder rum. Ach, Porterfield. Porterfield hat keinen Bock mehr. Die haut mir gleich ab. Ja, weil die alle Hunger haben. Lebensmittel. Gut. Sehr gut. Wir nehmen hier noch alles mit, was wir finden können. Hier ist Geld und Blau. Und dann geht es direkt wieder zurück. Ich glaube, ich finden wir Lebensmittel. Deswegen sage ich dir... Das ist das. Samen. Nice. Ein Toolkit. Ah, ich habe ein Toolkit. Ich kann unser Auto reparieren. Ah, du kannst das Auto reparieren. Das ist ja geil. Ja, weil ich nicht... Noch mehr Samen. Ich sag's doch. Ja, einfach so fruchtbar immer. Hast du das Auto direkt schon repariert? Ja, klar. Ach, das ist ja geil. All inclusive ist das hier in Ausflug. So, und hier drin... Medikamentensammlung. Ah, das habe ich schon mal. Du kannst dein Kram, glaube ich, direkt abgeben. Hier ist nichts, hier ist nichts. Alles klar. Ach, aber hier ist ein Schließfach. Ist das da... Ja, da kannst du ja auch den Kram reinreden. Nee, das ist... Ach, doch. Ach, da sind wir am Schließfach zu Hause praktisch. Das ist ja schön. Dann kann ich hier meinen Samen direkt verteilen. Oh, Mann. Ich hätte dich so vermisst, war... Ja, das ist ja nice. Da müssen wir ja noch nicht mal... Doch, jetzt müssen wir doch nach Hause, um hier das Fresspaket abzugeben. Dann können wir aber gleich bei der Infestation hier halten. Ach so, stimmt. Wenn wir schon da sind, Fress. Oh, gleich der Nächsten. So, ach da, da ist es. Ja, kann ich die da nicht einfach alle plattfahren? Oh, hier ist der Kreiser. Oh, der steigt ein. Oh, der steigt ein. Oh, Tür auf. Sehr gut. Das ging ja fix. So, die beiden hole ich da noch mit. Nice. So, also jetzt mal da rein. Ballern. Oh. Der Grüßungskomitee. Oh, boy. Was hast du denn da für eine Waffe? Die Modelle aufgehoben, die Shotgun. Die lag da noch so rum. Dann ja, gönnst du dir. Aber wir haben jetzt nur Materialien, gell? Essen ist das nicht, ne? Doch, ich habe eine. Einen Essen habe ich ja noch. Das heißt, ihr könnt mal wieder reinkommen. Und dann bring ich schon mal das Essen weg, bevor die eine Tante da abhaut. Ich glaube, ob die nachts abhauen wird. Och, weiß der nie. Halt ich für riskant. Weiß man nie. Ach, jetzt. Du hast halt eher Haarfärbemittel geklaut. Das ist was wichtiges. Schnell fung sie an und sag, wir kommen mit Haarfärbemittel. Dann bleib ich auf jeden Fall. Kann man da auch essen. Tür auf. Ich verfahre mich hier jedes Mal. Das ist hier die Straße hier. Ich stehe ich da, ja. Es tut mir ja so ein bisschen leid, auch um Stephanie. Vielleicht müssen wir die doch gleich holen gehen. Zu spät. Hättest du dich am Anfang entscheiden. Ah, jetzt hungern sie alle nicht mehr. Ha, stabil. Ich habe Popcorn. Die Mannschaftshungern nicht mehr. Alle sind happy. Moral ist stabil. Status, Heime, Basis, fröhlich. Fröhlich. Ah, ich habe mal wieder den Tag gerettet. Und es war nur Mehl. Sehr einspruchslos. Wir haben jemanden, der unser Game gejointed hat. Ja. Was? Interessant. Breezy. Der Grüne. Der Breezer. Der hat es geschafft. Den hat es geschehen mit ihm. Jawohl. Überraschungsgast Breezer. Wer hätte das gedacht? Machen wir erstmal hier Disco. Bis alle epileptische Eindele kriegen. Sehr schön. Was für einen Videotitel. Sean, wach auf. Breezer ist da. Sean, wach auf. Sean. Sean, wach auf. Sean. Alle auf dem Bett springen. Sean. Achso, okay. Den kann ich jetzt nicht mehr anwerben. Banner. Banner. Denn der Breezer ist ja da. Hat wer von euch 7,62 Millimeter? Äh, was? Geschlechts-Style? Näh. Kleiner ist 3,5, ne? Haaa. Neun. Wenigstens neun. So, jetzt hab ich den los. Äh, wie ist das Breezer? Du hast gar keinen Rucksack, oder was? Ähm, du musst mich mal anleuchten. Ich hab so einen kleinen, glaube ich, ne? Doch, ja. Du musst einen kleinen. Dafür brauch ich dich nicht anleuchten. Äh. Gut. Ich spring vom Balkon. Ich hab die Snipper und die Brechstange. Das reicht. Mit der Brechstange. Ja, ja. Die Waffe ist zwar nett, aber du kannst... Oh, nö. Maxi, Maxi, machst du das Tor bitte noch zu? Sport, ja. Hör, wie hast du das gemacht? Wie macht's? Das Tor ist einfach so zugegangen. Tada. Maxi hat halt auch den Motor aufgebohrt. Der zieht immer, der zieht viel mehr ab. Was ist denn das? Hier läuft irgendwie... Doch tiefer gelegt. Ich muss mal kurz nach vorne noch in das... In das Haus rein, denn da ist irgendwie... Da ist einer schlecht gelaunt. Ja, das ist unsere Nachbarin, die will Essen haben, aber wir haben kein Essen. Ach, Stefanie. Stefanie, about giving her good some food. Aber wir haben ja kein Essen. Jetzt will sie dich reinlocken. Packsack... Ja, ja. Bleib hier. Ich bleib hier einfach sitzen. Ich sagte, wir... Ich sagte, wir suchen ein bisschen Lebensmittel. Wir kaufen weg. Ich müsste ihr einen Packsack mit Lebensmittel geben, aber ich hab da keinen. Ja. Ja. Wo geht's hin? Hier, gelber... Gelber... Ich hab's eingegel... Äh... Orange. Orange, gut. Da ist nämlich einmal Seuche und einmal eine Enklaz. Gut. Uh. Hast du wieder gefurzt, ne? Ja. Wer furzt, korobelt. So. Ah, hier ist die Einfahrt. Kann die Tür länger auf Schrott gehen, oder? Ne? Ich könnte das mal ausprobieren. Halt mal auf. Ja, ich halte auf. Come on, give her the Spurs! Äh, falsch, falsch. Ich will aussteigen. Lass mich raus. Okay. Das ist ein Kohn. Ah, ne? Enttäuschend. Ne, geht nicht. Die geht sogar zu, wir verleinen da wieder. Ach, da hinten kommt Kundschaft. Moment, räumt ihr schonmal, ich mach hier den... Wir ballern. Nee, nee, du musst mit dem reden. Ich gleich will ballern. Ja, steig halt aus, faule Sau. Ich muss mit dem reden. Ich will in der vollen Pfad. Wow! Alter, ich stand da! Geparkt. Hehehehe. Freilfresse. Warum? Ich bin zu Besuch. So, äh... Ich hab jetzt... Acht... Wo... Ach, da... Da steht der. Wegen mir... Können wir jetzt... Ach so, genau. Können wir auch schleichen. Ah, schleiche! Aus der Verstohlenheit hinrichten. Boah! So geht das! Komm mal raus! Jawohl! So! Das war's dann auch! Oh boy! Na, da ist noch irgendwo! Oh! Hier ist nicht durch! Haha! Ja! Ja! Ich kann ja nicht nachladen! Haben wir nichts mehr! Du's verhindern! Tadam! Tadam! Juhu! Pronto Gas! Ah, hier gibt's aber... Potenziell gibt's hier Essenssäcke! Krieg die blöde Nachbarin direkt mal einen Essenssack auf den Tisch! Nichts gefunden! Gute alte Ohrzange! Ein Wasserkühler! Nice! Für einen PC! Ganz leckend PC einmal! Hier oben ist was blaues übrigens! Wenn du die Leiter hochkommst! Ah! Ja! Hier ist Orange noch bei mir! Leiter! Ja! Ich hab einen Moonsack! Lass mal sehen was da so drin ist! Bring ich kurz ins Auto! Nichts gefunden! Super! Fuck mal halt! Ich hol mal den Wagen runter! Wie lange kann man eigentlich so einen Kanister untersuchen? Guckt so einen Kanister fünf Minuten an! Ja! Nichts gefunden! Das ist ein Kanister! Das ist gar nicht quatsch hier! Hier oben ist für Gelb so eine Art so ein Waffenkoffer wie so ein Scharfschützengewehr! Oh! Ja das heißt aber leider nichts! Da kann auch einfach mal nichts drin sein! Oder ein Nagelpflegeset! Ha! Farbe! Welche Farbe bin ich? Grün! Ich mach Krach! Jawoll! Ich hab noch gar nicht gesniped! Mal gucken wie das so ist! Ich hab Munition in sieben Schuss geb- Geil! Ach sieht man sogar auf der Minimap wie weit das Krach macht? Benzin! Nimm mal Benzin! Ja ja! Benzin! Wir müssen uns nie mehr Sorgen machen von mir! Ich mach mal schon das Haus neben dem wo wir eben waren! Ja! Mach ich auch! Ich find mal irgendwo erst nicht! Ich sag dazu erstmal nix! Ich wechsle einfach auf die... Ich hab schon damit gerechnet! Was hab ich hier? Jawoll! Lebensmittelressource! Echt? Ja! Cool! Da können die Typen ja auch äh... Weitern klettern! Ja! Ja! Äh! 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 Das weiß ich gar nicht! Wo bist du? Okay! Ich... Äh! Äh! Könnt ihr mal zu mir hochkommen? Weil wie jeder weiß, brauchen wir unbedingt nen Wasserkühler bei uns! Ja! Ja! Dann mach mal rein! Ja! Machen wir mal rein! Äh! Wird sie überfahren? Wird sie überfahren? Schade! Fabian rechts von dir Zombies? Wird sie überfahren? Nein! Die haben mir nichts getan! Ihr Füße wird völlig verkackt! Äh! Ich fahr nur kurz zur Nachbarin! Ähm! Gebt ihr 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 Paket! Geil das auch sah! Wird sie nicht verfolgt! Ich bin wieder mit! Gut! Denn dann will ich ja endlich mal die... Die 300 Einfluss voll haben, um äh... Pizzaladen zu übernehmen! Oh! Oh wir dürfen mich gar nicht verlassen! Wie was? Da bei mir steht äh... Du bist angekettet! Ja! Du... Sterbt ihr jetzt wenn ich weg bin? Du musst wieder zurückkommen! Ich... ich weiß es nicht! Wir sind zu weit von einander entfernt! Ich... 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 Dann explodieren wir einfach! Das ist besser gut! Was ist das für ein Gewehr? Gut! Ich bin natürlich schon wieder rausgetappt! Jedes Mal! Ich trage ja gerade! Ich trage ja gerade! Es hat gerade mal 25 Einfluss gegeben! Der... So einen Packsack voller Kaffeebohnen zu geben! Weiß jetzt auch nicht was sie damit... Die ist jetzt bestimmt... Die ist jetzt bestimmt... Die ist jetzt bestimmt den ganzen Tag... Das ganze Match über... Total unter Strom! Oh man... Oh man... Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Hier ist die Aberei! So... So... Seid ihr ja happy? Was ist das denn jetzt? Hä? Ich will hier keine Gefühle zeigen! Ich habe euch etwas falsch angeklärt! So... Wir nehmen beide erstmal lachen! Geh hin! Aber was habe ich mir gedrückt? X oder was? Ah! X ist das! Z... So... Da wollten wir zu diesem Haus hoden, ne? Jetzt kann ich weinen einfach! Jetzt kannst du weinen! Grüßen! Jubel! Lachen! Hoden! Hoden! Eiter ges... Klar! Achso! Das warst du jetzt gerade! Da kommt da einer... Angeraufen! So... Wo... Wo ist denn... Mieks? Ach der ist da hinten 200 Meter weg! Der ist da oben! Ich habe den markiert! Ich habe den markiert! Da noch zieht man da eine Knarre! Akrobatik! Was? Ein großer Rucksack! Ah! Huh! Er verschrocken! Oh! Er schießt doch! Instant raus! Das ist voll unrettetisch gewesen! Der hat quasi gerade im... Brecheisen geschossen! Hier ist der Tipp! Mit dem wir reden müssen! In dem Tartan-Markt ist doch aber sicherlich irgendwie was zu essen! Können wir froh spenden! Hallo, Herr Nix! Oh, nice! Hi, blablablablabla! Und Gonzo könnt ihr mehr sehen! Danke für den Tipp! So, wer ist das hier? Du bist Gonzo! Hey! How's it going? Hier ist ein Zeuggerb! Achso! Den könnte ich jetzt... Ah, jetzt kann ich handeln! Okay! Was habt ihr... Was ist los? Warum rennen die alle weg? Achso! Die müssen kämpfen! Gut! Die kämpft ihr erstmal! Ich mach in der Zeit noch ein bisschen Krach! Denn wenn wir schon so viele Leute hier haben... Jetzt kommt gleich eine Horde, gell? Oh! Echt? Von links, ja! Oh, siehst du die? Da oben siehst du sie? Ähm, ich würd dir gern sagen, Norden... Zum letzten... Aber ich hab keine... Achso! Ja, jetzt... So als Männchen gekennzeichnet! Ach ne, das ist nur ein Kreischer! So, ich will mal gerade hier mit dem... Typen handeln! Wie werfe ich eigentlich diese Dosenbombe? Sounds good! Mit Kuh! Was hat der denn? Ah! Ach, hast du auch eine? Engemente... Ne... Behälter mit Chemikalien! Ach geil! Da kann ich dem jetzt diesen Generator verkaufen und da krieg ich direkt total viel Einfluss für! Das ist ja super! Boah! Denn da können wir jetzt... Kann ich jetzt wahrscheinlich dann... Hier, Ethanol kannst du auch haben... Ja, das gibt ja richtig Einfluss! Ja? Ja! Mit dem... Mit dem Bombo? Ja, wenn man dem hier so ein paar gescheite Sachen verkauft, diesen Generator und sowas... Oh, noch ein bisschen Krach, da sind ja genug Leute hier... Benzin... Ich verkauf dir mal meinen Lippenwalder! 102 Influenzen! Noch mehr Benzin! Ja, geil! Guck mal, ob ich ihm hier auch so... Sprit verkaufen kann! Also Benzin verkaufen kann! Ach, ihr redet gerade mit dem, ne? Der hat kein Ansehen mehr von dem... Okay! Der verliert Ansehen, wenn er was von uns kauft! Du Lappen! Popular Status Zero! Ja, also ich kann ihm diesen Packsack jetzt nicht mehr verkaufen! Ah! Sollen wir dann, bevor wir hier den Seuchenherd ausheben, nochmal nach Haus? Besser, oder? Hallo! Und hier bist du ein bisschen abgehackt bei mir! Bei mir nicht! Wow! Einfach mal! Ah, die Kamera weiß! Was ist los? Geht links! Geht links! Geht links! Absolut! Ich schieße auf den Rädern! Ich schieße auf den Rädern! Oh, wie gemacht! Ich schieße das Fenster auf! Ich hab ne Saiga, am Fenster auch benutzt! Ach, das ist hier die Horne! Verfahren! Ne, ne, ich will noch die... Oh! Das war verfahren! Nice! Ich wollte hier mal unser Zuhause! Ach, das bringt aber auch nichts! Wobei... Wenn diese beiden jetzt nur noch die letzten Reste der Horde sind... Gibt's doch bestimmt... Genau! Massig Einfluss jetzt! So, ab nach Hause! Boah! Ja! Völlig aufgehauen! Ich bin daheim! So... Essen haben wir doch auch, oder? Irgendwer hatte doch auch Essen! Ja, in... Dings ist Essen! In Trump! Äh, in Kofferraum! In Trump! Ja! In Trump ist hier eine Menge Essen! Ich hab's auf Englisch gestellt! So, Munition, Benzin... Lebensmittel! Da! Also ihr könnt gerne... Zwei können gerne noch mitkommen und hier den Kofferraum leermachen! Lebensmittel reintragen! Ja, die... Hier im echten Leben! Verdammt! Genau! Kann man irgendwie Munition craften? Ähm... Mit ner... Station, ja! Also ich hab eigentlich so ne Station eingerichtet... Äh... in der Werkstatt draußen... Ich weiß aber nicht... Ob die das schon kann, ne? Äh... Ob die da jetzt automatisch Moon produziert... Oh! Oh! Ich wollte doch noch rein! So, Kofferraum ist leer! Der muss los! Boah, wenn ich dir Sachen donate, krieg ich halt nur 5%... äh... nur 5 plus Influencers halt nicht! Ja, du bist halt kein Influencer! Boah! 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 5, 5, 6! So, während wir hier alle wild in der Gegend rumräumen... Was macht ihr denn eigentlich? Maxi riecht corny am Hintern! Äh... Kann ich ja nicht unter das denn nicht! Sag ich mal... Danke für dieses Zuschauen! Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder! Dann nehmen wir diesen... ähm... diesen Seuchenherd da aus! Und äh... Dann seid ihr hoffentlich mit dabei! Bis dann! Tschüss! Sag doch auch mal Tschüss! Tschö! 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 Tschö!